Du bist noch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner fifacoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich Willkommen Freunde zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute möchte ich euch die Squad Billing Challenge Spieler im Ausland vorstellen. Und zwar bekommt man diese für unter 50.000 Münzen, das ist unglaublich. Und man bekommt sogar 5.000 Münzen und ein 50k Set drauf. Das heißt, da macht man auf jeden Fall schon mal Gewinn unter Anführungszeichen, wenn man in den Pack natürlich was Gutes zieht. Aber vom Packwert her macht man natürlich Gewinn. Und ich sage euch jetzt einfach mal, was die einzelnen Challenges gekostet haben. Die Deutschland Challenge hat 14.650 gekostet. Die Spanien-SBC hat genau 11.000 gekostet. Und man braucht hier einen Spieler mit Loyalität. Also hoffe ich einfach für euch, dass ihr einen dabei habt. Ansonsten schaut einfach bei Footbin nach, ob ihr da vielleicht eine günstige Lösung findet. Dann Frankreich hat 10.850 gekostet und Italien 9.850. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mit Italien. Hier bekommt man ein Jumbo Premium Gold Set. Also ich glaube, das ist ein 15k Set. Und ich gehe einfach mal die Spieler ganz schnell durch. Also stoppt einfach, falls ihr euch das Team nachbauen wollt. Aber ich muss echt sagen, da bekommt man wirklich viele Packs für unglaublich. Also man bekommt Packs einfach richtig günstig, sage ich jetzt mal. Also man bekommt einfach viele Packs sehr, sehr günstig. Und das finde ich einfach mega nice. Die Squad-Building-Challenge ist wirklich gut. Und die läuft auch nicht ab. Also die läuft jetzt wirklich bis FIFA 17 vorbei ist, denke ich. Also es steht kein Ablaufdatum dort. Und von dem her müsstet ihr auf jeden Fall weiterlaufen. Hier haben wir dann eben das am Start. Das ist ein 25k Set, was man hier bekommt. Da haben wir eben ein bisschen mit Bundesliga gearbeitet. Dann ein bisschen mit Watford. Und dann auch noch ein bisschen mit der Liga BBVA. Beziehungsweise Liga Santander. Und ja, das ist auf jeden Fall das Team. Das senden wir natürlich ab. Das hat eben, wie gesagt, genau 11.000 Coins gekostet. Und da habe ich Gassias als Spieler mit Loyalität gehabt. Hier gehen wir dann weiter zur Deutschland-SBC. Da haben wir Ziele im Tor. Dann Mustafi und Mertesacker. Die haben beide leider über 3.000 Coins gekostet. Aber das ging leider nicht günstiger. Und ja, ansonsten noch viel mit Argentiniern. Weil Argentinier einfach allgemein im FIFA 17 sehr günstig sind. Der Stürmer kostet leider ein bisschen mehr. Aber ihr könnt ja schauen, ob ihr vielleicht einen anderen Stürmer aus diesem Verein findet. Cruz Azul mit einem halbwegs guten Rating. Also müsst ihr einfach mal schauen, falls dieser Spieler zu teuer wird. Das senden wir dann direkt ab. Dafür bekommen wir ein 45 K-Set. Unfassbar geil einfach nur. Und dann haben wir noch die spanische SPC. Und da bekommt man eben ein 35 K-Set. Und ich habe mich vorhin vertan. Es war nicht Gassias, der eine Loyalität hatte bei der... Was war das? Ich glaube... Boah, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube Frankreich oder so. Natürlich hier, der Gassias hat die Loyalität. Da vorher war gar keiner. Also ihr werdet euch wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern. Aber ich habe gerade vorhin gesagt, dass ich Gassias mit Loyalität habe. Das ist natürlich in diesem Team hier der Fall. Also Gassias hier, Erstbesitzer. Sonst würde das Ganze nicht aufgehen. Also ihr braucht einen Spieler mit Loyalität bei dieser Challenge. Und dann haben wir auch schon alles abgeschlossen. Und dann bekommen wir also Spieler im Ausland. Und dann bekommen wir eben das 50 K-Set und 5000 Coins. Und wir öffnen das natürlich jetzt hier live im Video. Ist natürlich klar. Und ich bin gespannt, was wir hier drinnen haben. Und falls ihr mehr SPC-Lösungen haben wollt, lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Und dann starten wir direkt mal rein mit dem 15 K-Set. Wir drücken drauf und es ist kein Wargott. Vielleicht eine Special Card. Wäre schon richtig fresh. Aber es ist leider nicht mal ein 84-Plus-Spieler meiner Meinung nach. Also die Sterne waren ziemlich klein. Und da ist leider wirklich nichts Gutes am Start. Den Cop haben wir noch am Start. Oder Job, wie auch immer. Ja, hier haben wir dann eben das 45 K-Set. Das ist das 50 K-Set. Und hier haben wir das 25 K-Set. Wir drücken drauf. Man bekommt einfach so nice Packs. Und ich hoffe auf eine Special Card. In Form. In Form. In Form. In Form. Ich weiß nicht, wie heißt irgendwas mit B. Bodebu. Bodebu. In Form. 84. Den spricht man wahrscheinlich ganz anders aus. Und Isco auch noch im Pack. Was ein Pack, Leute. Was ein Pack. Ist der was wert? Nein. Shit. Ein 84er In Form, der nichts wert ist. Unfassbar. Aber den werde ich im Verein behalten. Weil der könnte steigen. Alter, nice. Direkt ein In Form gepullt. Super. Wirklich super. Isco. Was dürfte der noch wert sein. Sicher über 3000 Coins oder so. Ja. Der kostet ungefähr 3000 Coins. Also nice Sache auf jeden Fall. Richtig starkes Pack. Schreibt mir auf jeden Fall auch in die Kommentare, was ihr dann so gezogen habt bei diesen Packs. Mann, ich bin gehypt. Das ist ein richtig nice Pack gewesen. Wir gehen rein ins 35 KZ und wir setzen den Packler Coot auf. Vielleicht bringt uns der ja Packler. Wir haben damals in FIFA 16 Bail In Form damit gezogen. Wir drücken drauf. Es ist kein Walkout. Vielleicht wieder eine Special Card. Leider nicht. Der Packler Coot bringt anscheinend nicht mehr so viel Glück. Aber das ist immerhin Vertongen mit einem 83er Rating. Also damit kann ich eigentlich vollkommen leben. Ja. Also wenn ihr da wirklich alles verkauft und alle Verträge und so weiter und so fort wirklich verkauft. Dann könnt ihr da eigentlich fast nur mit Gewinn rausgehen, denke ich. Und ja. Dann würde ich sagen, öffnen wir als nächstes das 45 KZ mit der Nase. Also ein Nosepack. Wir brauchen das. Das ist kein Walkout. Vielleicht wieder eine Special Card. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott. Das ist Höwedes. Holy shit. Holy Macaroni. Alles klar. Wir ziehen einfach mal Höwedes. Wir ziehen Höwedes Man of the Match. Never. Alter. Der ist aber nichts wert. 30 K. Aber wir machen Gewinn mit dieser Sportbilling Challenge. Yes. Yes, yes, yes. Und das muss ich dann direkt Cyberlings HD schicken. Also Gordon. Weil der ist ja ein Schalke Fan. Alter. Richtig, richtig nice. Einfach mal Höwedes gezogen. Jungs. Wenn ihr dafür keinen Daumen nach oben da lässt. Dann weiß ich auch nicht weiter. Richtig, richtig nice Sache. Sommer haben wir ja auch noch am Start. Da natürlich ein bisschen was wert ist. Und ZA, den stelle ich jetzt einfach mal rein hier. Für so, ja, für 900 Coins. Ein bisschen überteuert. Der wird sich verkaufen. Richtig, richtig nice. Einfach mal so eine Man of the Match Karte aus der Champions League gezogen. Oder Europa League. Ähm, ja. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Pack. Alter. Richtig, richtig nice. Das war ein Nose Pack gerade. Deswegen wird das hier auch noch ein Nose Pack. Vielleicht wieder eine Special Card. Leider nicht. Schade. Im 50 KZ ziehen wir leider nichts Gutes mehr. Da hätte ich jetzt vielleicht noch mit irgendeiner Special Card oder mit irgendeinem Walkout gerechnet. Aber Zoom haben wir noch am Start. Kovacic. Das sind echt gute Packs. Und wie gesagt, wir machen damit einen nicen Gewinn. Und ja, Freunde. Falls ihr mehr Pack openings, mehr SPC Lösungen und solche Videos haben wollt. Lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Checkt den letzten Trading Tipp ab. Für alle, die traden wollen. Ähm, habe ich auch heute hochgeladen. Und ja, dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Checkt gerne noch die Video-Beschreibung ab. Und dann sage ich auch schon wieder mal. Ciao, Leute. Full Stars. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.